und willkommen zurück zu das fröhliche bau geht weiter letzte folge etwas ruhiger gewesen vom reden bei mir jedenfalls weil ich mir mit dem dach echt gedanken machen musste ja ist auch kompliziert werkzeuge essen kommt hier alles meine dicke ist alles meine dicke tasche in der dicke tasche in meine dicke tasche da würde ich dann aber auch so stone slapen und so was ein machen zu crafting materialien da würde ich den bums einfach mit rein machen und hier wachs und so ein schmuck und so ein schmuck so meine taschen sind gleich sortiert also sortiert 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 sogar sortiert sortiert wo ist jetzt schon mal wieder schon wieder meinen handschuh kleiner frechstags kleiner frechstags dann jetzt die wände ausfüllen was habe ich denn hier gefunden ich habe ich habe cool gefunden richtig schön cool weg schnabbelieren na klar zack zwei letzte zieht mache ich draus sagt von euch mai auch sieht gibt gibt da sehe ich uns oder die farm erweitern hier ja doch ist da die rallye ich voll drin voll drin ist er voll drin im game Ich schicke jetzt raus. Hey. Ich bin mit dir. Perfekt. Ich bin mit dir. Was ist denn heute los, ey? Heute ist irgendwie voll Musik mein Ding. Ah, nee. Warum macht denn das Spiel nicht immer? Hat nicht immer für einen Rückstoß. Ja, das ist bei mir auch manchmal. Der ist so drei Meter in die Luft. Ja, du bist dann 50 Meter entfernt geschossen worden. Du könntest ja nur ein bisschen. Was ist denn das für eine Box? Was ist denn da für eine Box? Ich bin die Scheiße programmiert, ey. Ich möchte den streamen, die Aufnahmen jetzt ab. Kannst du ja nicht machen. Ah, hat er als Creative Wars davon. Ich weiß, das Spiel ist so weit weg, wie es bei einem Stein sitzt. Okay. Das nervt ein bisschen. Gerade wenn du jetzt hier oben in der Luft baust. Jedes Mal fällst du runter. So. Noch noch. Wir sind hier unten. Ja, aber der Boden ist so einfach hier. Okay. Das ist so einfach. Und also das hier oben. Was ist denn das für Creativerse, dass es nochmal ein Update gab? Oh, keine Ahnung. Weil die Bugs, die ich hier hatte, die kommen jetzt aktuell nicht mehr vor. Hast du Bugs in dem Spiel gehabt? Ja. Ne. Keine Ahnung. Zum Beispiel hatte ich, dass ich die Samen übereinander setzen konnte. Okay, ich nehme das alles zurück. Es geht immer noch. Höhe aber gerade eben hat er gesagt, es geht nicht. Na gut. Ich nehme es wieder zurück. Ist doch noch voller Bugs. Das Spiel ist doch schon raus. Das kann keine Bugs haben. Naja. Da haben wir das raus. Das ist raus. Das ist nicht mehr an LXS und auch nicht eine Beta. Waffen heute nicht alle Spiele. Außer Beta zu kommen? Ja, überhaupt aus dem LXS zu kommen, ja. Ach so, ja. So, dann haben wir wieder einmal geerntet. Und meine Taschen sagen Lekomio. Ja, wir haben so ein paar Pilze. So ein, zwei. Ein, zwei Pilze. Ein, zwei Pilze. Ein, zwei Pilze. Ein, zwei Pilze. Und so, ne? Äh. Würde ich sagen? Oh, kann man machen? Oh. Man braucht dich nochmal um so eine Kiste zu craften. Dead, dead, dead. Okay. Dann brauch nicht bitte euch nochmal. Dich. Und euch. El grande arctic test. El grande. El grande. Das war... ... 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